Die ehemalige Eiskunstläuferin und Schauspielerin Tanja Shevchenko, 43, schwebt im siebten Himmel. Denn die 43-Jährige ist erneut Mutter geworden. Ihre eineigen Zwillinge Leo und Luis erblickten am 27. April 2021 das Licht der Welt und erfüllten ihrer Mama damit einen Traum. Tanja Shevchenko, zeigt sie uns hier Leo oder Luis? Die kleine Familie ist noch im Krankenhaus, denn die beiden Jungs waren frühgeburten. Auf Instagram zeigte Tanja Shevchenko den Fans nun ein rührendes Foto ihres Mannes, Norman Jeschke, 42, und einem ihrer Babys. Der Kleine liegt an die Schulter seines Papas gekuschelt auf seinem Arm, und dem Papa sieht man trotz Maske sein glückliches Strahlen an. Tanjas ehemalige Alles-was-Zählt-Kollegin, Juliette Greco, 39, schwärmt in den Kommentaren, O Himmel, ist der winzig. So viel Liebe auf einem Bild. Alles-was-Zählt-Star, habe mir viele Sorgen gemacht. Zu dem Foto schreibt Mama Tanja Shevchenko über ihre Zeit mit den beiden Babys auf der Früchen-Station. Der gemeinsame Start mit Früchen ist anders, aber nicht befremdlich. Die liebevolle Betreuung rund um die Uhr auf der Station hilft nicht nur den Kleinsten, sondern auch uns als frischgebackenen Zwillingseltern. Mehr zur Geburt will sie aber erst in Kürze mit den Fans teilen. Jetzt geht es erst mal nur um ihren Nachwuchs. Und sie gesteht, kurz nach der Geburt habe ich mir viele Gedanken und Sorgen gemacht, ob das die Bindung stören könnte. Wie ich in das Stillen kommen soll. Was wie auf uns und unsere Winzlinge zukommen wird. Doch die frischgebackene Mutter fühlt sich in der Klinik gut umsorgt. Mit 43, Tanja Shevchenkos Babyglück nach vier Fehlgeburten. Tanja Shevchenko ist bereits Mutter einer Tochter, Jona kam 2011 zur Welt. Auch ihre Geburt verlief nicht ohne Komplikationen. Danach wollte Tanja gerne erneut Mutter werden, doch sie erlitt vier Fehlgeburten in den vergangenen Jahren. Umso größer war die Freude, als sie mit 43 Jahren nochmals schwanger wurde. Doch auch die Zwillingsschwangerschaft verlief nicht problemlos. In der 34. Schwangerschaftswoche musste der ehemalige Alles-was-zählt-Star mit einem Blasensprung ins Krankenhaus. Wenig später kamen die Babys zur Welt.